Musik Das hier? Ja, das muss einweichen. Musik Musik Ich habe einfach alles in die Bank hinterher gerührt, dass ich aufgeräumt hätte. Musik 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 Es ist jetzt dunkel draussen, also ready zu erfüllen. Jetzt sind wir da, behind the scenes. Da haben wir noch Schauspieler. Schau, es ist einfach nur so ein Syroplätzchen da. Jetzt sind wir hier in der Rappi. Yo, yo, yo. Die mit Filmcrew wissen nicht genau, was wir machen. Und es regnet. Es wird nass. Die Kamera geht kaputt. Nice. Ja, was soll ich für den Hacken? Was machen die? Ja, wir sind immer noch in der Rappi. Es läuft super. Es geht nach Plan. Very nice location hier. Wir machen hier eine Vlogception. Wir sehen gerade den Martin am Flogen. Heute aber, das ist der Martin. Er floggt gerne. Er findet die Schärfe in ihr. Ja. Hier beleuchten sie einen geilen Baum. Also von der anderen Seite? Also so geil finden sie es nicht. Aber die feiern es übel. Er fährt es auch nicht so. Tätigen sehen. Sorry, tätigen. Speziell. Wow. Das ist Agario. Yo, yo, yo. Alter, es schneit es jetzt gerade. Es ist gerade unangenehm. Es ist echt so unangenehm. Es schneit. Es schneit. Warte, du bist wohl trössst mit dem scheisse Objektiv. Krass. Er hat einen Umlauf. Gefällt sich die Musik. Okay. Es sieht jetzt noch potent aus. Aber er ist völlig unterbediecht. Es ist ruhig. Also ich meine nicht auf dem Boot. Ja, es ist gerade ein harten Witz gefallen. Es gehts. Es schneitlich. Was nicht? Jo, wieder mal ein anderes Spot im Gönnen da. Ja. Dann bin ich wieder am Flug. Anders geht es nicht. War ein nice da. Rapperswil-Gönig, oder? Töne. Habe ich dich gesagt? Ich halte nur ein bisschen lüttern. Der Zentimeter weiter vorne. Einfach so eine Pfütze, die lüttern. Ich halte es. Töne. Wow! Sammisch! Wauw! Sehr retarded! Bis zum nächsten Mal.